Capcom presents Marvel Comics Und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video Und zwar geht es weiter mit X-Men Children of the Atom Wir machen diesmal den Arcade Run mit Storm Auch einer meiner Lieblinge Und definitiv die bessere Wahl Wenn Wolverines Love Interest geht Aber Storm generell mächtig Generell einfach eine coole Figur Cooles Design Ist jedenfalls stark Also wie gesagt, ist ganz klar von der 90er-Animations-Serie übernommen worden Wollen wir mal gucken, wie wir hier klarkommen werden Denn Storm spielt sich hier schon relativ Anders als unser Wolverine hier Aber ich werde mich ein bisschen Vorrein spielen Und da kämpfen wir gegen den guten Und lass uns weggehen Ja, mal da Geil animiert Naja, nicht mal Plätze Leitungssturm Oh, shit Das ist weg, dann! Hakel Baby Next time I would hope you would give me more a challenge Ja, sie hat ganz klar auch Lieder-Fähigkeiten Daher verzweckt sie auch meistens Scott Also Cyclops Boah, hat er mich aber Lass uns hakeln! Es geht so lang, dass ich Dass es nicht mehr geht Mächtig Es geht so lang, über hier Not damit Oh, oh, oh. Oh. Light finger pack. Light finger pack. Oh. Grenade will fall. Hey, boy. Oh. Oh. Wirkroft. Das ist hergein. Okay. Lightning Storm! Na, da haben wir aber gewonnen. Fright Lady, I am victorious. Flight! Optic Blast! Optic Blast! Geek Flight! Optic Blast! 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 Hey, ich wollte Lightning Storm machen! Optic Blast! Ah, die hat gute Buttons. Storm hat gute Buttons. Round 2. Fight! Ah! 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 Lass uns hauen! Baby! Ah! Einmal rumfliegen! Learn from your defeat child! Ja, so hat Storm besprochen! Achzt! Round 1. Fight! EIN! Ah! 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 Light Ball! Ah! 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 Hat team! Ah! Typhoon! Typhoon! You win! Round 2. Fight! Typhoon! Let's go! Woohoohoo! Typhoon! 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 Ja, Storm an sich ist auch schon ein ganz fieser Gegner. Die hat ja sehr gute, sehr weite Range-Attack. Oh, come on. Oh, come on. Ja, sie schwebt, aber... Hagelbaby! Oh, come on! Der lässt mich nicht! Oh, come on! 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 Okay, ne verhage dich, alter! Es ist mir scheißegal! Oh, come on! Storm, baby! Ob das bei Magneto funktionieren wird? Keine Ahnung. So, kind of without the storm. Ah, Spyro! Mojo worked! Ja, exakt! Round one, fight! Snow, go! Oh! Densin Wentwrit? Go! Go! Mega! schools Park technology! Can Ja? Lightning Storm! Lightning Storm! You win! All the attacks show me. Round two, fight! Cool! Nee, nee, das dauert zu lang. Lightning Storm! Lightning Storm! Ah, da hinten ist er! Mojo, Alter! Der Penner! Der diese TV-Welt hier gemacht hat und dann die gebaut hat auch. Die Mutants. Spirals. Weiß nicht, warum die auch unter ihnen dienen, aber ja. Juggernaut! Alter! Er macht nur Earthquake, Mann! Oh, komm schon! Ich hageln, Alter! Ich hageln, Alter! Echt, ey! Hagel! Ich soll hageln, Alter! Ja! Komm schon! Fierte! Wacker in die는데ere Fonyen! W- anticoraflichen! W-il Ja komm, das ist Juggernaut. Der muss hageln. Der kickt nix anderes. Hätte ich jetzt ganz normal weiter attackiert, dann hätte er wahrscheinlich mich jetzt mit der Brechstange ganz ordentlich bekommen. Er hat noch einen Zwischennamen, ich vergesse ihn meistens. Die nennen sie ihn ja immer in der Animationssäle. Anders. Das war's. Oh, oh, oh! Lightning Storm! Okay, schwierig, aber es geht. Oh, oh! Oh, oh! Oh, okay, boy! Oh, okay! Ah! Perna! Komm schon! Typhoon! Ja, mit Storm war das relativ easy. Let's see. Do you really believe humans? It's a full hope. I would rather follow my dreams than your obsession. Or dreams are more similar than you think, Storm. Farewell, Magneto. I'll leave you to collapse around you. Goodbye, Storm. I'll leave you to your full stream. Are we all account for? Da, Torvalish. Move it, people! Stand awake. What happened to Magneto? He's gone. He was a great man on the wrong path. He had a choice. It was more than this victim's head. Perhaps. Storm, a group of sentinets are approaching. One of them is nearby. If you will take the rest. Very well. Good luck! Destroy! There's a stormy guy. Are you okay, Storm? Yes! But the others will need our help. And Forge? What? Thank you. I'm glad you came. Okay, meine Damen und Herren. Das wär's mit dem Arcade Run zu... Äh, X-Men Children of the Earth mit Storm. Ja. Ich würd sagen, ja. Wenn euch dieses Video gefallen hätte, lasst doch ein Like da. Und ein Kommentar. Ja. Und wenn euch nicht nur mein X-Men beziehungsweise Fighting Games-Deutsch-Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein... Ähm. Dann hast du ein Abo da und singen deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja. Und ich würd sagen... Ja. Ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn es noch einmal erstmal heißt... X-Men Children of the Earth mit Psylocke. Also. Bye bye!